Wir sind hier am Montafon. Eigentlich am ***, aber eigentlich ist es Weltkampfstart. Wir sind hier am Montafon, haben hier einen Weltkampfstart, das erste Weltcup-Rennen. Heute war die Quali. Morgen geht es dann das erste Mal los mit Real Racing. Wie fühlt man sich, wenn man zum 25. Mal aus dem Lift geflogen ist? Die sind jetzt neu bei uns und müssen ja schon ein paar Grundreiken lernen. Das ist ungefähr wie wenn jemand von der Skischule gerade frisch rauskommt. Das ist ja mein erster Weltcup überhaupt. Und da ich die Strecke vom Europacup schon ein bisschen kenne, zumindest das Gelände, war es ein ganz guter Start. Erster Weltcup und der 6. Winter gleich qualifiziert ist natürlich voll die coole Sache und freut mich total für Sie. Das ist ja mein erster Weltcup. Ich habe heute einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt, bin oben am Start gewesen und war ein geiles Gefühl. Und das war dann letztendlich der vierte. Aber ich bin wahnsinnig zufrieden und happy über den vierten Platz. jeans die Untertitelung des ZDF, 2020